Wow, 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 beruhigt euch, alles wird gut, ich kann alles erklären. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo für ein Infovideo, was ich... Vergessen habe hochzuladen. Äh, ja, es hat sicher ziemlich viele gewundert, warum jetzt die letzte Woche gar keine Folgen mehr kamen. Und das hat zwei Gründe. Einerseits, äh, habe ich mich mit dem Wolke da missverstanden. Hm, hallo Wolke, der ist übrigens auch im Kanal gerade drinnen. Hallo. Und andererseits habe ich eventuell vergessen, das Video, das ich in den Urlaub fahre, hochzuladen. Weil ich so damit beschäftigt war, alle anderen Videos für den Urlaub hochzuladen, dass ich das vergessen habe. Tideee. Ja, ihr könnt mich schlagen, okay, tut mir leid. Ich habe aus Versehen das Video, was ich gemacht habe, um euch zu sagen, dass ich in den Urlaub gehe und eine Woche lang, äh, verändert Let's Placecom, weil der Wolke das hochladen sollte, habe ich vergessen hochzuladen, darum... Und ich war dann auch eine Woche jetzt wirklich gefangen zwischen blutrunstigen Bären, Geti-Monstern, Geparden und, und, und rachsüchtigen Meerjungfrauen. Oder ich war auch einfach Käpt'n an der Müritz und, äh, es war eigentlich ziemlich toll. Ihr könnt euch jetzt einfach bei den aussuchen. Ja, also kann man das natürlich auch beschreiben, ne? Ja, tut mir sehr leid. Äh, als Bonus werden die, habe ich mir gedacht, mit meinen Kumpels, mit denen ich da war, werden diese ganzen Mürre, äh, diese ganzen Urlaubsfotos, die ja, dieser Urlaub ist ja erst entstanden, weil wenn ich auf die Gamescom konnten, wegen speziellen Umständen, äh, das Video werde ich hier am Ende dieses Videos einblenden, damit ihr das nochmal sehen könnt, also ich werde dieses Infovideo in das Infovideo reinpacken. Und, ja, das, äh, der Urlaub ist ja erst dadurch entstanden und darum wird das Special für das Zweijährige dieses Kanals und wahrscheinlich auch für das Tausendjährige, äh, für das Tausendjährige, genau, für das Tausendjährige des Specialties des Kanals und für die zwei Abonnenten, die ich habe, nein, für die tausend Abonnenten und für die zwei Jahre, wird ein Special werden und da werden dann die Urlaubsfotos und Filme, die wir gemacht haben, mit reingepackt, zusammen mit einigen anderen Dingen, die ich mir noch überlegen werde. Das erstmal dazu, äh, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, das war jetzt mal wieder so ein typischer Fail von mir, wie ihr öfters mal auf meinem Kanal vorkommt. Ich bin so unprofessionell. Mh, mh, bababab, bababam. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde, und ich hoffe, ihr könnt mir darauf verteilen. Heute kommen die Videos natürlich pünktlich hoch. Tschüss! Und damit herzlich willkommen zu einem großen Informationsvideo, was noch sehr klein ist, und zwar wollte ich ankündigen, ich bin ab heute, also genau ab jetzt, wenn ich dieses Video aufgenommen habe, bin ich im Urlaub, meine lieben Freunde. Ich bin jetzt eine Woche weg, bis nächsten Sonntag. Bin ich nicht mehr da. Das hat folgende Änderungen jetzt zum Vorschein. Erstens, ähm, ich selbst werde nicht hochladen, sondern der Wolke wird das übernehmen. Einige kennen sich ja, der Wolke ist einer meiner Mitgliedsplayer und ein guter Kumpel im Relief von mir. Ähm, der wird das für mich hochladen. Nehmt es bitte also nicht übel, wenn es mal einen Tag lang keine Folgen geben sollte oder so. Er hat gesagt, er versucht es, weiß aber nicht, ob er jeden Tag zu Hause ist. So viel dazu. Des Weiteren, ähm, auf den Minecraft-Videos, also auf den Original-Minecraft-Videos, nicht auf Isoland, wird es keine Thumbnails geben vorerst. Die werde ich dann, ähm, erst machen, wenn ich wieder da bin. Das sollte aber wirklich kein Problem sein. Das Video wird ja erscheinen. Ähm, Dweckens Profit wird höchstwahrscheinlich kommen. Das denke ich mal, wird er hinkriegen. Und Watch Dogs muss leider ausfallen. Ich habe es nicht mehr geschafft, Watch Dogs für über eine Woche aufzunehmen. Ich hätte jetzt 14 Folgen Watch Dogs aufnehmen müssen. Habe ich nicht geschafft, weil sich das alles innerhalb von einer Woche ergeben hat, dieser Urlaub. Also, wie mir ist es auch noch seit 5 Tagen bekannt. Und darum ging es leider nicht. Und Watch Dogs wird die ganze nächste Woche ausfallen. Das tut mir leid, aber es geht nun mal nicht anders. Und ich werde bestimmt nicht meinen Urlaub absagen, weil ich, äh, keinen Watch Dogs für euch aufgenommen habe. Das war alles. Ich wünsche euch noch einen traumhaften, äh, End-Rest-Sommer. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Und dann geht es wieder los. Und ich hoffe, da wird es keine Probleme mit aufnehmen geben. Ja, bis dann, ey, gell. Tschüss. Ach ja, was noch ganz wichtig ist. Ähm, es wird keine Verlinkung auf Facebook geben. Volker hat meinen Facebook-Account nicht und deswegen kommt er da nicht rein. Ähm, es wird in der Zeit keine Verlinkung auf Facebook geben. Also alles nur auf YouTube. Aber das sollte auch kein Problem sein. Okay, bis jetzt bin ich wirklich weg. Tschüss. 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 Tschüss.